Hallo liebe Zuschauer, ein herzliches Willkommen aus dem Weltvogelpark Walzrode, denn da bin ich heute zu Besuch und zwar als Hobbitierpfleger und hier stehe ich mit dem German Alonso. Er ist zuständig für die Flugshows hier und natürlich für die Vögel. Und zwei haben sie hier und das sind Chiquita und Kolumbus. Was haben wir denn hier für Vögel? Das sind Gelbbrus-Ara und Heyroda-Ara. Aha und wie kommen die dann in der Show zum Tragen? Was machen die genau? Hauptsächlich müssen sie natürlich fliegen. In der Flugshow geht es um, dass man diese schönen bunten Vögel am Himmel sieht, fliegen sieht und dann haben wir aber noch eine India-Show, auch wenn das Wetter mal nicht so schön ist. Ja und da zeigen sie mal so ein bisschen was von ihrer Intelligenz. Also die haben einiges auf dem Kasten. Wir reden hier nicht vom Fahrradfahren oder so ein Blödsinn. Das sind vernünftige Sachen, die die Tiere hier machen. Okay, da bin ich gespannt liebe Zuschauer. Wenn Sie das auch sind, dann schalten Sie ein. Heute Abend ist Chach auch. Ich freue mich auf Sie.